moin und was geht ab willkommen zu einem cod bo4 waffen review mit dem lieben und wir gucken uns heute die neue community waffe an die die community sozusagen heute gestern das spiel hat die graf wir haben sie schon ich hab sie schon ein bisschen gelebte ja ein paar sachen um sie dran zu machen und reflex genau und so weiter werden wir jetzt hier mal eine runde spielen mal so wie über die waffe geben genau was du eigentlich so kann ob sie gut ist auf close range auf long range einfach mal gucken wie sie abgeht so ja und kleiner fun fact nebenbei wie viele spiele die community spielen musste sind 15 millionen gewesen insgesamt jetzt haben wir hier durch die community die geile waffe und ich habe schon ein paar runden mit der gespielt daneben simon auch und ja hatte halt das feeling wie eine icr aber ein bisschen besser so meiner meinung nach aber wir bewerten sie jetzt noch mal eins sind aber ich sagen suchen wir mal ein tdm match und wenn wir in der runde sind dann sagen wir leider ich hasse diese lage schalten da sehe ich schon den nächsten wir sind vier leute im team mit nachgraf da muss ich mir schon mal fragen die waffe ist die zentrale müssen jetzt schauen der testen wir zwar aus beide nicht eingespielt ja schmeckt ich kenne die map auch absolut nicht ich auch nicht essen sich eingespielt zweitens ich kenne die map nicht und ich kenne die laufwege nicht ich weiß nicht wo ich hin musste um gegner zu finden was ich hier gerade von den gegnern zu sehen ist ja auch long range absolut krank die woche also für mich für mich erinnert sie sind bisschen wie eine k m also die k m ich bin letzter aufs lingo bin ich auch letzter ich kenne gar keinen laufweg ich weiß nicht wo die gegner vorne oh mein gott ist nuket haben wir also als so eine nette da wüsste ich noch wo und sind wo laufwege sind komplett ungewohnt will dort aber wenn man mal gegner findet der dann ist die waffe ich sehe nicht ich sehe nicht so man braucht auf jeden fall schnelles magazin darauf ist wirklich direkt weil bis sie nachlädt close range überzeugt sie mich bis jetzt überhaupt nicht die map sorry aber ist ja auch nicht gut die map wo ich jetzt die leute ich stehe verstehe ich denn 12 8 ich habe halt gefühlt mein aim ist so als könnte ich auch so nicht mehr im in dem spiel das aim war absolut nicht da oh mein gott hätte ich den gunfight verloren ich hätte so mein mein leben verkaufen können trotz dass wir jetzt mal reingeschissen haben hat sich die waffe trotzdem gut angefühlt meiner meinung nach also ich habe auf jeden fall meine spaß mit dir wie sieht es bei dir aus ja mich hat sie auf also wenn ich jetzt was sagen würde wir haben eine neue map so nah oder so dann könnte ich davon überzeugen aber definitiv also bin ich derselben meinung aber jetzt hoffentlich kriegen eine gescheite map wenn nicht dann sehen wir uns beim nächsten katz oder so also bis gleich auf ehre beide hp tc bester mann im cod bereich oder grüße gehen an dich raus ja gut sie wurden aus dem playstation raus geworfen doch ach ja das war natürlich immer besser noch die ls mit noch gejunt wie vor allem ich verstehe es auch nicht irgendwie also aus irgendeinem gründen sind wir auch noch gejunt ja gut ne also da hat uns wieder call of the backhoops gegönnt nicht schon wieder wmd also ich glaube wir hocken jetzt länger so jungs so werden lobbies gesucht und lecker so gute ja wmd wmd alter ja unsere lieblings etwa ja bleiben wir okay dann hier geht es weiter wir haben doch lieber uns doch noch entschieden ja jetzt war es ja da egal ja nein von hinten ja gemeldet im sauber team play und auch weißt du auch deine klöten ab der kurzer zwischen review die waffe ist schon geil aber nicht in jeder situation das problem ist du musst mit der waffe eigentlich den kopf treffen ja die waffe einfach auf kopf so effektiv ist aber das wenn du wirklich den kopf triffst ist er richtig schnell da und das problem ist wenn du ihn nicht triffst hast du in den meisten ganz weit eigentlich schon verloren das ist das problem richtig geile lobby gefunden oder also ich bin von gridlock überzeugt da kennt man wenigstens so die laufwege man weiß wo man hin muss das finde ich nice also die graf im großen ganzen eigentlich schon überzeugend oder ja ich finde so einigermaßen wie eine bessere 74 rückstoß ein bisschen zu krass ja ok man kann das manchmal nicht so handeln ja ab und zu absolut geht es einfach mal gar nicht komplett ja ja irgendwie auch schon die drei waffen so zusammengemixt würde ich behaupten also in der mitte wieder ich habe die metra zugekarrieten mein gott oh mein gott ein bisschen ein bisschen gejogt ach scheiße sind zwei zwei eine oben eine da oben habe ich aber er hat mich auch also was ich besser finde auf der waffe ist ist so nicht nicht durchdrücken so langsam auf long range one shots wenn ich wenn ich schnelles meck drauf haben lässt sich das beste spielen ich habe ein magazinerweiterung sauber ich habe so bei oh mein gott da hat mich so du auch genommen oh mein gott war nicht schlecht das ist ein gegner oh mein gott habe ihn für dich gleich die wissen wo wir stehen ich habe ihn trotzdem so die netzschot gegeben sich der 100 hat sich in boxen sexy kill gönn 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 dass ich überlebe nein hätte ich den noch bekommen digger ich habe so keine eben ja nicht schlimm ja ich würde mal sagen so zum schluss noch eine abschlussrunde oder ist egal können wir schon noch durchziehen eine abschlussrunde noch noch mal als wirklicher schluss jetzt so aufgrund technischer schwierigkeiten wurde die letzte runde nicht aufgenommen okay sind für ehrlich es war eine nerven auftreibende lobby also weil es hier eine waffenreviews gebe ich noch drei punkte zu der waffe ab genauso wie der liebes simon und ich soll sagen ich fange jetzt an also ein guter punkt es sind die long range kämpfe also das war echt gut also wenn man freuen wenn man auf den kopf trifft ist es geil dann gebe ich doch einen negativen punkt nämlich close range nee sorry auch ich habe ich bin ehrlich ich habe kein geiles eben deswegen kann es vielleicht auch daran liegen aber close range allgemein geht nicht und mein dritter positiver punkt ist ich fühle mich irgendwie wohl mit der waffe weil die hat irgendwas von der ramp hat und die spiel hat öfters die ramp hat und deswegen da fühle ich mich irgendwie wohl mit der waffe aber wie gesagt ja das sind meine drei punkte mich simon was sind deine drei punkte also ich fange gleich mal mit den negativen punkten also was ich an der waffe gleich mal kritisiere ist sie hat in meinen händen ich habe jetzt auch nicht das beste eben oder bin ich auch wenn auch ich bin heute den cash player in black ops sie verzieht echt krass wenn man schießt also du musst echt punktuelles richtiges gutes aim haben um die konzern auf dem spiel erzeugen was gut dran ist ja es ist zwar so eine mischung aus kn und rampart aber sie hat als viel geschaut ist zwar gut jetzt aber gehört für mich ein bisschen nachgepatcht ein bisschen weniger nicht viel ein bisschen weniger und das so ein bisschen weniger rico hat also dass es nicht so viel rum springt wenn du schießt genau und ich habe jetzt nur einen positiven punkt ich habe zwei negative du musst diese waffe mit schnell magazin spielen du musst diese waffe mit schnell magazin spielen weil du einfach viel zu langsam nachletzen mit dieser waffe das ist das problem und das ist das eigentlich das größte problem an der waffe dass wenn du dem gunfight gerätzt die muni im magazin ausgeht und du noch benachladen muss dass du sofort ein problem weil der gegner dich sofort holt wenn er mehr amu oder so oder mehr amu im magazin hat oder du spielst halt sozusagen wie es ich jetzt mal probiert habe größeres magazin aus der heute in den gang verheizt mehr mehr kugeln im magazin andere probleme ist du hast halt nicht das schnelle nachladen ja und das ganze würde ich sagen groß und ganz würde ich sagen die office ok meinen augen noch ein bisschen zu stark ein bisschen und den recoil also den rückstoß müsste man ein bisschen ändern ja also ich würde auch sagen lieber den rückstoß so ein bisschen zurücknehmen dass er ein bisschen besser ist und dafür aber den schaden runter schrauben weiß hast du wieder so eine balance wieder dann balanciert sich jetzt wieder aus vom schaden und vom rückstoß aber im großen und ganzen geil dass die so eine aktion gemacht haben nicht dass sie einfach runter gedroppt haben wieder für geld sondern dass einfach 15 millionen matches absolviert werden mussten und das finde ich als eine geile aktion von black ops von treyer gesagt und ja also die waffe an sich ist geil ich fühle mich persönlich wohl damit natürlich muss man anmerken wir sind jetzt nicht wie heftig crash oder ein boot oder et cetera wir sind wir haben wir haben nicht gar nicht so geiles wie die und sind auch nicht so erfahren wie die aber im großen ganzen würdest du mir schon recht geben schon eine geile war für kann man schon mit spielen oder also ich finde sie ich finde sie stark sehr stark ja für die casual player wenn du sagst 15 millionen spiele erspielen ist eigentlich viel das müssen muss sollte erstmal schaffen auskommuner wieso 15 millionen spiele schaffen aber meines erachtens ist auf long range ein bisschen zu krass und close range ein bisschen zu schwach also du müsstest halt so einen mittelpunkt finden dass dann dann wäre sie die perfekte waffe auf long range weniger schaden auf close range mehr schaden dann müsstest du noch den mittelpunkt finden und dann wäre es die waffe die glaube ich jeder spielen würde also wie sollst du auch im gunfight vor nachteile gegen so smg's wie eine saust du denn wie eine saukaste komplettes problem weil du einfach die feuerrate von einfach auf zu keinen kommst einfach auf sie nicht drauf klar weil die so eine kasse feuerrate haben dass du sie eigentlich gar nicht umbringen kannst da gebe ich dir auch wieder vollkommen recht also wir sind hier derselben meinung schon stark aber jetzt nicht krass op wie eine titen und so also auf gar keinen fall sich solide wie sagen oder solide man muss ein bisschen was nerven ein bisschen was aber ist normal bei solchen sag ich mal dlc waffen in anführung schlichten exakt eine community waffe aber ja also dann würde ich sagen das war es in unserem kleinen video hier noch ganz kurze informationen es gibt zwei sichten einmal die von mir und einmal die vom simon falls es zu zb mein audio hat man sich in seinem video oder andersrum dann tut das natürlich schon uns jetzt schon mal leid wir wissen nämlich nicht ganz ob das hier aufgenommen wurde oder nicht aber wie gesagt das war es mit dem video lassen abonnent like schaut beim kollegen vorbei und durch die resonanzen sehen wir ob wir noch mehr bock drauf hat ob wir hier noch ein bisschen co d bringen oder ob wir unser fifa video nachholen dass ich leider ein bisschen verpeilt habe das tut mir auch noch mal leid eigentlich hätte die jetzt ein video viel video gesehen aber egal black ops und hier die abschließenden wörter gehen zu dir ja wie gesagt ich kann eigentlich nur das gleiche ich kann mich hier nur anschließend ich hoffe euch hat das video gefallen falls ihr mehr black ops oder fifa sehen wollt wenn wir das video nachziehen könnt ihr das natürlich hoffentlich wenn ihr euch das anguckt liken und ein abo da lassen und dann sehen wir halt an eurer resonanz wie es wird ob mir wer black ops mehr fifa bringen sollen genau und ich hoffe euch hat das video gefallen auch wenn wir nicht die besten spezielle spieler sind genau und ich hoffe euch hat das video gefallen abo like wäre nice kostet natürlich nichts und Darum wünsche ich euch noch einen schönen tag schönen tag und haut rein ciao Bis zum nächsten Mal